Musik Ich fühle mich schon wohl und wenn ich mich wohlfühle, rufe ich ganz andere Leistungen ab. Die Schüler sind für mich das Beste im Plauen. Wir quatschen. Wir quatschen ganz viel. Ich mag das einfach. Es ist eine schöne Schule. Wir haben gute Lehrer. Ich liebe die Schule, weil ich mich mit meinen Freunden bin. Hallo. Hallo. Ich bin aus Granada. Ich mag es. Ich mag es. Ich mag es. Die Leute sind sehr sympathisch. Die Schüler sind sehr motiviert. So, unsere Schule bietet gute Voraussetzungen. Wir haben hier an den Naturwissenschaften, ich kann es für die Physik sagen, eine gute Ausstattung, eine sehr gute Ausstattung. Wir haben natürlich auch Dinge da, wo man sowohl einfache Versuche, einfache Dinge hintermahlen kann. Wir können Dinge erklären, die auch schon hohes Anspruchsniveau haben. Musik Und ich denke mal, dass es für viele Schüler auch eine lohnenswerte Geschichte, gerade auch was den musischen Bereich betrifft, für den ich ja jetzt hier spreche. Wir haben Leichtathletik, wir haben die traditionellen Sportarten, auch neue Trendsportarten, wie Sumba und wie Power und Body Pump und das kommt natürlich unwahrscheinlich gut an. Musik Also, wenn Pause ist im Schulhaus, dann ist das so leicht aufregend, weil man immer nicht weiß, was genau kommt, was heute passiert, dass so ein geselliges Beieinander ist. Meine Mitschüler sind sehr nett und sehr hilfsbereit und lieben sehr Streicher. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020